Willkommen aus dem P3 Sportstudio. In Österreich gibt es zwar keinen einzigen natürlichen Sandstrand, trotzdem sind wir im Beachvolleyball schon seit vielen Jahren an der Weltspitze mit dabei. Und auch Niederösterreich spielt hier als Heimat von fast allen bekannten Teams eine Rolle. Nach den Schweigersisters aus dem Waldviertel sind aktuell wieder zwei Schwestern am Weg in die absolute Weltspitze und ich freue mich heute Dorina und Ronja Klinger begrüßen zu dürfen. Danke für die Einladung. Dorina, wie man bei euch am Dialekt auch hört, ihr kommt eigentlich ursprünglich in Kärnten geboren, aus der Steiermark, mittlerweile ist Niederösterreich und auch St. Pölten das Sportzentrum, die sportliche Heimat. Wie ist es eigentlich dazu gekommen? Ja genau, also wir sind ursprünglich aus der Steiermark, aber wir sagen immer, wir sind Wald-Niederösterreich herinnen, also uns gefällt es da wirklich total gut. Wir sind über den Stefan Schweiger ins Sportzentrum gekommen, nach St. Pölten und seit circa drei bis vier Jahren, würde ich jetzt sagen, sind wir eigentlich da in Betreuung und sind super zufrieden und Niederösterreich tagt uns sehr. Ronja, wenn man sich deinen Lebenslauf anschaut, du warst im Nachwuchs eine große Stab-Hochsprung-Hoffnung, auch vierfache steirische Landesmeisterin auf den Skiern, ich weiß ja auch nicht gerade irgendwas ist, wie ist es dann dazu gekommen, dass du gesagt hast, ich wäre doch kein Skistar, sondern ich will Beachvolleyballerin werden? Naja, also ich habe von klein auf sehr viele verschiedene Sportarten ausprobiert und mir hat das auch Spaß gemacht, weil wenn man irgendwo drin gut ist, dann macht das einem halt als Kind Spaß. Ich glaube mir war es beim Skifahren dann einfach ein bisschen zu kalt und ich habe mir da die Summe, den größten Kontrast und das ist halt Beachvolleyball. Nein, ich muss sagen, ich hätte in eine skispezifische Schule gehen müssen und das war noch ein Schritt zu weit weg, ich habe dann sehr viel Heimweh gehabt und dann ist es eben die Volleyballakademie in Graz geworden, was sehr nah an meinem Heimatort ist, wo ich wirklich immer zurück nach Hause gehen habe können oder hätte können und habe dort die Leidenschaft für Volleyball entwickelt und dann schlussendlich auch für Beachvolleyball gemeinsam mit der Darina. Welche Rolle hat da die große Schwester als Vorbild gespielt? Eine Riesenrolle, also sie hat es mir eigentlich vorgelebt und ihr habt dann gesehen, wie viel Spaß sie hat in einem Teamsport, weil man muss sagen, Skifahren ist schon sehr, es ist einfach ein Einzelsport und teilweise einfach sehr egoistisch und das hast du im Team halt nicht, also in der Halle nicht, da hast du wirklich, ich weiß nicht, 15 andere Leute um dich herum, die die wirklich supporten und unterstützen und wir haben das, glaube ich, jetzt auch am Beachvolleyball-Kohort sehr mitgenommen und das macht uns einfach aus, dass wir wirklich als Geschwister, als Team so auftreten dürfen. Darina, wie deine kleine Schwester da mit Volleyball so richtig begonnen hat, bist du nach Amerika gegangen mit einem Stipendium für Volleyball. Wie wichtig war dieser Schritt nach Amerika für dich dann in der sportlichen Karriere? Also extrem wichtig, für mich war eigentlich immer klar, dass ich nach der Matura nach Amerika gehen will, mir hat das Land sehr fasziniert und auch sportlich gesehen, glaube ich, dass ich dort wirklich nur dazulernen habe dürfen. Also ich war in meinem ersten Jahr in Alabama von der Universität und dann drei Jahre in Florida, in meinem letzten Jahr ist die Ronja auch noch dazukommen und ich habe echt total viel neue Philosophien kennenlernen dürfen und mich echt weiterentwickeln dürfen und ja, also ich bereue die Zeit auf keinen Fall und ich würde es genauso wieder machen. Ronja, wir haben es gehört, du bist dazugekommen in Amerika, wann war dann auch klar, ich will gemeinsam mit meiner Schwester und mit niemand anderem am Beach es versuchen? Wir haben davor, bevor ich nach Amerika gegangen bin, schon einige Turniere zusammengespielt und wir haben eigentlich gemerkt, okay, das passt ganz gut, sie ist die Große vorne am Block, ich bin die Kleine, die hinten schnell die Bälle rausgräbt und wir sind eigentlich nach Amerika gegangen, schon mit bestem Wissen und Gewissen, dass wir dort zusammenspielen, das hat unser Coach dann zuerst nicht so unterstützt, aber wir haben sie dann, glaube ich, überzeugt und überredet und haben sie so lange genervt, dass wir wirklich dann zusammenspielen und ich glaube, das in Amerika war wirklich unser Startschuss, eben im College, da haben wir wirklich zueinander gefunden, da haben wir gemerkt, hey, wir sind nicht nur Geschwister, wir sind nicht nur Partner am Feld, sondern auch wirklich beste Freundinnen im Leben und ja, das hat uns einfach ausgemacht und das zeigen wir einfach die Leidenschaft und die Power gemeinsam am Court, was uns halt einfach ausmacht. Darin auch ein erstes großes Turnier in Österreich, war dann gleich das große Major in Wien, wo ihr auch gleich einmal als Rookie-Team sozusagen absolute Weltklasse Leute geschlagen habt. Wie überraschend ist das auch gekommen, dass ihr da bei den Topstars schnell so gut mithalten könnt? Ja, extrem überraschend, also ich glaube, die Saison davor, die Sommersaison war mittelmäßig, also okay, aber wir haben nie gegen irgendwelche sehr, sehr guten Spitzenteams spielen dürfen und dann in Wien das erste Mal, eben da wir in der Quali, ich glaube, da haben wir sogar die Wildcard Cup, mitspielen haben dürfen und wir haben locker aufgespielt. Das ist bis jetzt noch, wie es am besten funktioniert, einfach haben nichts zu verlieren gehabt und haben ein richtig gutes Spiel geliefert und dort hat man dann auch gesehen, oder ich für mich habe erkannt, dass wir wirklich weit kommen können und dass wir wirklich mit viel Training das Ding dazu haben, dass wir bis in die Weltspitze kommen und das war wirklich, hat uns noch einmal sehr viel Power und ja, einfach Spaß gemacht und Selbstvertrauen geben und ja, das war echt ein sehr, sehr cooles Turnier. Ronja, jetzt kommen wir jetzt aus vielen Familien, die kleinen Geschwister schauen zu den Großen auf und haben oft ein bisschen Respekt, aber wie ist das bei euch beiden? Wer ist da am Platz die Chefin? Bist du das da als kleinere oder hörst du dann doch auf die größere Schwester? Es ist lustig, weil wir haben heuer sicher schon sehr viele Diskussionen und Gespräche mit unserem Coach angeführt, weil er sagt, er will eigentlich am Chord zwei Lieder haben und zwei Lieder ausbilden und ich finde in dem Jahr haben wir das wirklich auch gezeigt, also vor allem jetzt in den letzten drei Turnieren, dass wir beide, wenn der andere anserviert wird, dass der Partner helfen kann und wirklich den supporten und unterstützen kann. Ich würde sagen, bis jetzt, ich als Verteidigungsspieler habe halt hinten ein bisschen mehr Weitsicht und habe deshalb vielleicht von der Strategie her ein bisschen mehr angeben, aber das hat sich jetzt auch mit der Zeit ein bisschen verändert, also ich finde, wir können uns einfach gegenseitig super gut unterstützen und wenn der eine eine Idee hat, dann wird das sofort geteilt und wir schauen, dass wir da relativ subjektiv bleiben und wirklich den anderen auch wahrnehmen und fragen, wenn man vielleicht Hilfe braucht und das haben wir in den letzten Jahren sicher gelernt und gut umgesetzt. Darin, jetzt kennen wir das von anderen Geschwister-Dos, von den legendären Lazziger-Brüdern in der Schweiz, die angeblich ja abseits des Platzes nicht einmal mehr miteinander geredet haben. Wie schwer ist es da eigentlich auch Sport und Familie dann auch zu trennen vielleicht? Also ich muss ehrlich sagen, wir trennen das fast gar nicht. Wir wohnen auch zusammen in Wien und sind eigentlich ständig zusammen, aber das Schöne an uns ist wirklich, dass wir außerhalb beste Freundinnen sind. Also wir sind so verbunden, dass wir einfach gern was zusammen machen und auch gern über Gott und die Welt diskutieren und ja, ich glaube, das macht uns auch aus und das merkt man am Platz. Sicher, es gibt da genug gute Teams, die wirklich Weltklasse sind und außerhalb vom Feld gar nichts miteinander zu tun haben. Aber das ist bei uns Gott sei Dank nicht so, weil man verbringt so viel Zeit zusammen, abseits des Korts, sei es beim Reisen, sei es in Hotels, in verschiedenen Ländern und da bin ich einfach froh, dass wir uns so gut verstehen und einfach außerhalb auch so eine super Zeit miteinander haben. Jetzt warst du vor drei Jahren auch verletzungsbedingt einmal eine Saison von deiner Schwester getrennt. Hast mit der Lena Blesi-Utschnik gespielt. Wie groß war dann auch die Freude, wie die Ronja wieder zurück an deine Seite gekommen ist? Ja, sehr groß. Das ist was ganz was anderes. Man gewöhnt sich natürlich auch an einen Partner und man schätzt seine Stärken und was der einfach aufs Spielfeld bringt. Und ich meine, sicher mit der Lena war es auch voll cool, wir haben eine lustige Saison gehabt und auch in Österreich war es relativ erfolgreich, aber ich glaube, für international braucht man echt eine super Dynamik zusammen und man braucht auch einen Defense-Spieler und das war bei der Lena und mir zum Beispiel nicht so, wir waren zwei Blocker. Und ja, ich bin einfach froh, dass wir so gut am Kort harmonieren und auch gut zusammenpassen, weil es muss ja nicht klar sein, dass wir Schwestern sind und einer ist ein Defense-Spieler, einer ist ein Blocker und wir harmonieren gut, das muss ja nicht sein und das ist aber bei uns Gott sei Dank so und da bin ich sehr stolz drauf und happy drüber. Wie gut ihr harmoniert, sieht man spätestens seit dem letzten Jahr UN-IOS erstes internationales Turnier gewonnen, heuer schon ein vierter Platz auf der zweithöchsten Kategorie in Mexiko, ein fünfter Platz in Kanada. Wie kannst du dir diesen Erfolgs-Run, der da momentan ist, erklären? Ja, unglaublich. Also es ist vom letzten Jahr auf heuer, letztes Jahr natürlich die Goldmedaille in den IOS war ganz, ganz besonders, aber wir haben gemerkt, wir können die Konstanz noch nicht so halten und heuer, also seit November 2022, haben wir ein neues Trainerteam mit einem brasilianischen Trainer und wir merken einfach, wir haben auch in anderen Bereichen unser Umfeld einfach ein bisschen geändert und verbessert und man merkt halt, dass die ganze Team-Dynamik wirklich das ist, was wir auch aufs Spielfeld bringen. Also der Trainer mit der neuen Philosophie, vielleicht ist er einfach, kann er mit uns ein bisschen, ist er ein bisschen mehr verbunden, auch menschlich, als jetzt das Team, was wir davor gehabt haben und dass das halt dann sofort beim ersten Turnier fruchtet, man muss sagen, wir haben dort, glaube ich, die Nummer eins vom Turnier gefangen, die haben, ich glaube, ein paar Monate vor die World-to-Finals gewonnen, also das war echt ganz überraschend, aber dass das sofort Frucht tritt, tut einfach irgendwie gut und man sieht auch, dass einfach die letzten Jahre, die für uns wirklich sehr hart waren, weil wir einfach, wir haben sehr viel Disziplin und wirklich Entschlossenheit und selbst hat einer immer Zeit und immer ins Training braucht, aber wir haben nie die Konstanz gezeigt oder halten können, dass wir wirklich eine Saison super durchspielen und das war heute die erste Saison, wo wir das so gebraucht haben und wo man wirklich die Fruchte ernten darf und in den letzten Jahren harte Arbeit und ja, also was diese Saison passiert ist, ich meine, wir haben uns für die WM qualifiziert, was dann auch Wunder grenzt, weil wir halt wirklich beim höchsten Turnier nicht teilnehmen haben dürfen, weil wir mit den Punkten da nicht reingekommen sind und das macht mich unglaublich stolz und ja, da steckt einfach wirklich eine ganze Stadt dahinter, die wirklich uns zu dem Erfolg jetzt bringt mit unserem ganzen Team und ich bin super stolz auf unser ganzes Team. Jetzt habt ihr ja nicht nur international, sondern auch daheim im Heimatclub in Baden das Future gewonnen und gleich darauf die Staatsmeisterschaften. Welchen Stellenwert hat das eigentlich so beim Heimatclub sozusagen, beim Heimturnier selber so abzuräumen? Ja, total cool. Also wir haben wirklich noch nie, beim Heimturnier sind wir eigentlich noch nie in eine Semi gekommen und einfach die Stimmung nochmal, die Leute haben uns so gepusht, das war so ein schönes Gefühl, da am Kord zu stehen und ich glaube für uns war es normal, nochmal mehr besonders, weil wir davor in neun Wochen sieben Turniere, also insgesamt gespielt haben und wir waren echt, wir haben schon nur mehr so wenig Energie gehabt, wir waren echt schon fertig und dass wir das nochmal alles sammeln haben können und auf den Platz bringen können, ich glaube, das hätten wir uns beide nicht erwarten können, dass wir dreimal hintereinander Gold holen und dass das so aufgeht, also das war echt eigentlich einer der schönsten Momente in meinem Leben bisher. Die Schwester hat schon gesagt, das WM-Ticket ist gebucht, also ab im Oktober geht es nach Mexiko, wieder zurück, was ist da aus deiner Sicht da drinnen? Ja, also wir wollen auf jeden Fall die Gruppe schaffen, das ist jetzt einmal das erste Ziel, aber man muss sagen, es ist unsere erste Weltmeisterschaft, wir wollen das dort genießen, wir sind mega stolz, dass wir es geschafft haben, dort dabei zu sein, wie Sie schon gesagt haben, das war echt ein harter Weg dorthin und sehr, sehr viele, sehr gute Teams haben es nicht geschafft und sind nett dabei, von dem her wollen wir dort Spaß haben, coole Spiele liefern und hoffentlich die Gruppen schaffen und dann vielleicht noch ein, zwei Runden weiter, das wäre für uns schon ein großes Ziel. Ronny, abschließend noch kurz, es ist ja da so noch ein anderes Großereignis irgendwo im Hinterkopf, Paris 2024, inwieweit beschäftigst du dich ja schon mit diesem Langfristziel? Ich muss sagen, vor der Saison noch nicht so viel, weil man dachte, wir sind eigentlich noch so weit weg, also es schaffen nur 17 Teams über das World Ranking und dann gibt es eben noch den Continental Cup, wo es vier weitere Plätze gibt, das heißt, das ist einfach sehr, sehr, sehr hart. Aber wir haben gesehen, was wir diese Saison leisten können und was wir wirklich am Platz bringen und ich sage niemals nie, also wenn wir so weiterspielen und Leute wirklich hart und konsequent an uns arbeiten, ist da schon was drinnen, ich sage vor allem im Continental Cup, wenn die Lena wieder zurückkommt und wir wirklich zwei richtig, richtig gute Teams haben, aber unser erster Weg geht sicher mal oder wird sicher mal über die Weltrangliste führen, was wir halt wirklich versuchen werden, alles zu geben und wirklich noch gute Resultate da rauszuholen. Also das heißt, es ist alles angerichtet für die nächsten Erfolge, dann wünsche ich euch viel Erfolg bei den Weltmeisterschaften in Mexiko und sage danke fürs Kommen und an Sie verehrte Zuseherinnen und Zuseher, danke fürs Dabeisein, bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen.